Wildkundiklassiker-Fragen mit der Jagdscheinakademie Teil 33. Wie lange dauert die Tragzeit beim Rot- und beim Elchwild? Die Tragzeit beim Rot- und beim Elchwild dauert siebeneinhalb Monate. Anwendung der Tragzeitformel 10,5 Schalenwildarten minus die dritte Etage aus dem Wildhaus, da wo das Rot- und das Elchwild wohnen, ergibt 7,5 Monate Tragzeit. Dein Jagdscheincoach Timo.